Auf deinem Buch ist ja ein, wie soll ich, sieht aus wie ein Sticker, ist aber kein Sticker, man kann es gar nicht abmachen. Und ich finde den Satz genial, das einzige Buch, das du brauchst, um guten Sex zu haben. Also nach der Lektüre würde ich sagen, wahrscheinlich richtig, Sex verändert alles, Aufklärung für Fortgeschrittene. Was ist deiner Erfahrung nach bei Frauen das größte Problem mit Sexualität? Ja, das ist eben, dass sie eigentlich ein eher negatives Bild von ihrem, also quasi von dem Organ, mit dem sie den Sex machen wollen, haben. Das ist irgendwas mit Geruch und dreckig und ich zeige mich nicht gerne und jetzt kommt ja diese ganze, das ist ja deutlich, die Schönheits-OPs im genitalen Bereich sind steigend, auch für Männer. Aber es gibt richtig Regeln dafür, wo die inneren Lippen sein dürfen, welche Farbe und so weiter. Wo kommen die, es gibt ja keine Regeln, das wissen wir ja, weil die sehen alle sehr unterschiedlich aus. Aber woher kommen diese Regeln? Naja, ich meine ja, also das in jedem Fall, ohne Porno generell schlecht zu machen, aber da gibt es eben in dem Mainstream-Porn, das sieht man eben so eine Art kindliche Wulven immer. Und dann generell das ganze Körper, der Körperbereich, das ist auch in meiner Studie auffällig, wir haben nämlich auch untersucht, wie die Tendenz ist, bei einer Frau sich zu beobachten, negativ zu beobachten beim Sex. Das ist so eine Begrifflichkeit, was Masters und Johnson, so Sexualforscher aus den 60er, 70ern, die haben so einen Begriff gebildet, dass jemand sich kritisch negativ beobachtet, während sie Sex hat. Und das war eben signifikant auch mehr, je weniger positiv dein Bild war. Also bei Frauen geht es darum, dass da so eine Tendenz ist da draußen, dass sie sich selbst, die lernen, sich selbst zu objektivieren. Also die lernen sich wie Objekte zu sehen und nicht subjektiv zum Beispiel zu sagen und spüren, ach ich spüre meinen Körper und ich kann mal ja sagen, ich kann mal nein. Also eher für den anderen. Das war auch in meiner Studie deutlich. Und das ist für mich, also nach meiner Erfahrung, Frauen in der Praxis und wenn ich mit Jugendlichen spreche, das Problem, das hast du ja gerade gefragt, das Problem, dass die Frauen sich bewerten und eher negativ. Und deswegen nicht entspannt sind. Es gibt ja zig verschiedene Arten und Weisen miteinander zu schlafen, aber im Schnitt kann man sagen, dass viele Frauen keinen Orgasmus haben beim normalen Geschlechtsverkehr. Was auch immer, da können wir jetzt lange drüber reden, was normaler Geschlechtsverkehr ist. Woran liegt das? Ja, also ich habe ja auch eine Zahl, wenn du das schon so sagst, es gibt eine andere Masterarbeit von Frau Bischoff, die hat um die 30 Prozent. Und die anderen Studien, die das belegen, das ist tatsächlich, das ist nicht ganz klar. Nein, nein, aber das ist viel. Das will ich damit sagen. Das ist viel eben. Also überhaupt nicht können, generell keinen Orgasmus kriegen können, auch nicht, wenn sie sich selber stimulieren. Und die Zahl derer, die nicht kommen können von nur schlichtem Penetrationssex, liegt eher bei 80 Prozent, 80, 90. Also es sind sehr viele Frauen, die davon nicht kommen können. Also wenn man sich das jetzt anatomisch anguckt, versteht man eigentlich warum. Ja, ich höre, du hast geguckt. Ja, es gibt Studien, die zeigen auch, wo ist die Klitoris. Und wenn sie tatsächlich... Die ein relativ großes Organ ist. Die ist groß. Was viele nicht wissen. Ja, klar, 90 Prozent eher drin, aber diese Perle vorne, wenn die eher 2,5 Zentimeter oder weniger entfernt von dem vaginalen Eingang ist, dann geht es eher. Weil natürlich dann beim Stoßen näher ist. Doch klitorale Betätigung ist für den Orgasmus. Also doch, Geschlechtspenetrationssex kann es denn doch auslösen. Aber wenn die Klitoris da nicht mitgestoßen wird oder angefasst wird, kommen die meisten nicht, weil vaginal gibt es eben nicht so hohe Empfindlichkeit. Man kann was dazu lernen, mehr zu spüren, aber eigentlich ist sie eher weniger empfindlich. Die spürt eher Langsamkeit und Druck. Ein Tipp, den du ja gibst, ist zu sagen, okay, wenn das so ist, legt selber beim Sex mit Hand an, weil dann funktioniert es. Das ist aber immer noch tabuisiert, oder? Ja, da gibt es... Entschuldigung, ich habe das Gefühl, ich reiße eine Studie nach der anderen, aber es gibt diese Partnerstudien, Partner 1 bis 4, Nummer 5 ist gerade unterwegs, von der Hochschule Merseburg. Und da ist eine tolle Tendenz zu beobachten, nämlich alle masturbieren mehr, auch die Jungs, aber die Frauen holen richtig auf. Das war ja früher, also ich habe die genauen Zahlen nicht mehr so im Kopf, aber das war ja minimal die Anzahl der Mädchen. Das wird mehr. Und das ist was Gutes, weil wenn du deinen Körper besser kennst, auch dein Genital, also wenn du das wirklich kennst, du weißt, wie es da schmeckt, riecht, wie es aussieht, wie es sich anfasst, was du magst. Also was man so kennt, da passt man ja auch besser auf. Und man kann auch mehr Genuss erfahren, als wenn man so machen lässt und man eigentlich gar nicht spüren mag, ob es gut oder schlecht ist. Wenn man jetzt mal untersucht, woran das eigentlich liegt, dass sich das so positiv verändert hat, was meinst du, sind die Ursachen? Naja, also die Aufklärung ist besser und man spricht, wissenschaftlich spricht man ja von der neosexuellen Revolution. Jeder kennt die sexuelle Revolution 60er, 70er. Aber um die Jahrtausend, also 2000 oder so, da hat das Internet so gewonnen an Kraft, also fast jeder hat einen Computer und man kann einfach mehr zu wissen bekommen. Und es gibt sehr viele gute Leute da draußen, oft auch, also viele Frauen, Professorinnen und so weiter, die forschen jetzt in diesen Sachen und die bringen auch ihre Ergebnisse so, dass der allgemeine Mensch da draußen sauf versteht. Also es gibt ganz viel Frauenpower gerade so, support your local pussy oder da werden Fotos gemacht, hier ein Spiel, Memory mit echten Vulven, weil das ist es nämlich, wo sieht man noch eine echte Vulva? Also im Porno nicht. Also man muss mal gucken, wo denn? Und wenn, es gibt ja Fotobände zum Beispiel, ist ja das Einzige, was man sozusagen als Gemeinsamkeit festhalten kann, die Unterschiedlichkeit. Ja, das hast du toll gesagt. Genau, das ist das Einzig-Sichere. Die sind so unterschiedlich, die Vulven wie die Nasen, könnte man sagen, oder Ohren. Also es ist Quatsch zu sagen, ich operiere zum Beispiel nach einem bestimmten Schema. Naja, das ist wirklich mit den Nasen vergleichbar. Es gab so einen Trend, vielleicht immer noch, aber jedenfalls als ich als Model gearbeitet habe, das war dann so in den 80er... Die griechische Nase, die sogenannte? Schmal, dünn, fein, all sowas. Und darum geht es auch bei dem Genital. Schmal, fein, also es gibt immer ja Schönheitsideale. Und der Unterschied zu früher ist, dass wir sie heute so hinoperieren können. Wenn wir wollen. Ich will es nicht. Also wenn es diese Neo-Revolution gab, ja, ich bin ja noch ein bisschen skeptisch, ob es sie wirklich gegeben hat. Also soweit ich Frauenzeitschriften kenne, liest man ja relativ häufig, wie Frauen es schaffen können, Männer zu einem guten Orgasmus zu verhelfen. Aber doch selten das Gegenteil. Nee, genau. Du hast recht. Also diese Neo-Sexuelle Revolution, das ist ja im Sinne von, es gibt alles jetzt. Wir können alles finden, wenn wir suchen. Wir können Informationen bekommen. Die Scham ist anders. Aber die ist nicht weg. Also sobald es um den eigenen Sex geht und das eigene Organ, das eigene Genital, ist da eine so hohe Scham und eben gerade bei den Frauen. Und jetzt könnte man jetzt zurückspulen und überlegen, Männer lernen ja auch nicht immer, oh, fass deinen Penis an, wenn die kleinen Jungs durch die Gegend laufen, das ist ja auch Nasenrümpfen. Aber Frauen kriegen zusätzlich, also noch mehr Nasenrümpfen und immer was mit Dreck, immer was mit, pass auf, da kommt das Blut, du musst es sauber halten. Also die kriegen viel mehr Negativbotschaften als Männer. Die dürfen immerhin gerne hinfassen, aber so ganz gelobt wird das ja auch nicht. Hast du nicht das Gefühl, dass so eine gewisse Form von neuer Brüderie eingesetzt hat, gerade auch bei jungen Frauen? Ja, ich glaube nämlich gerade als Resultat dessen, dass alles jetzt geht und man alles soll, also ein Unterschied zu früher ist ja auch, früher gab es ja diese, ja die sogenannte Verbotsmoral. Da ging es, was darfst du, was darfst du nicht. Jetzt ist es Verhandlungsmoral. Jetzt müssen wir aber alle sprechen, jetzt müssen wir sehen, was willst du, was will ich, so. Und irgendwann ist alles zu viel. Ja, der Sex ist zerredet. Jetzt können wir einfach sagen, können wir den auch mal haben? Ja. Ich sage immer ja, ich werde mich nicht einmischen. Es gibt aber viele, die Probleme haben. Und dann misse ich mich gerne ein, weil es liegt meist an zu wenig Wissen. Was sind für dich die wesentlichen Punkte, die sich deiner Meinung nach ändern sollten, an denen wir jetzt immer noch Mann und Frau arbeiten sollten? Also jetzt habe ich ja selber dieses Buch geschrieben, also das ist ordentlich beschrieben wert. Also da gibt es ja diese historischen Beispiele dafür, dass ein, 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 die, die Vulva, die war schon längst, es war längst klar, dass die Kieser ist so. 1566 oder was? Ja, so ist es. Genau. Haben wir nur ein bisschen vergessen. Ja, und deswegen, es geht jetzt um Wissen. Und das, aber es gilt für viele Länder, der Sexualunterricht muss sich ändern. Und zwar, es muss eine, eine Wichtigkeit bekommen, dass es nicht nebenbei ein Sexobiologe, also Biologielehrer oder manchmal der Physiklehrer, irgendjemand soll da diese berühmte Stunde machen. Also, dass man ein Kondom nehmen muss, das wissen die längst. Also, das können sie. Sie können verhüten und so weiter. Aber es wird nie über den Genuss gesprochen. Meist über das Negative und das müsste sich ändern. Wie man auch spüren darf und dass es Spaß bringen kann. Klar muss man wissen, wie man nicht schwanger wird und keine Geschlechtskrankheit kriegt. Aber es gibt viel mehr. Und das soll sich ändern. Liegt das nicht dann daran, dass wir im Grunde genommen, so komisch das klingt, weil wir konsumieren ja andauernd, dass wir im Grunde genommen eine genussfeindliche Gesellschaft sind oder jedenfalls nicht sehr freundlich letztlich mit Genuss umgehen? Ja, genau. Und besonders nicht mit sexuellem Genuss. Also, da läuft immer noch, das sind dann Schlampen, wenn es die Frau ist oder so Don Fuens oder Männer, die übertreiben. Also, Sex ist ein Top-On, weil wir dürfen zum Beispiel Essen gerne genießen. Also, da gibt es ja die ganzen Köche jetzt. Es gibt ja auch viele Leute, die zu viel genießen. Ja, ja. Ja, und da ist es interessant, weil da geht es ja auch los. Wenn man zu viel genießt, Essen, dann wird es ja gleich mit Doofheit, also wenig Intelligenz oder sich nicht auf sich, also ungepflegt und nicht auf sich aufpassen können. Und das ist doch bei Sexualität ähnlich, oder? Ja, schlimmer. Ich würde sagen, schlimmer. Da geht es immer noch um dieses, wer das macht, ist dann unmoralisch, verschlampt. Es ist immer, also das sind noch diese Ideen von, ich finde, die sind nicht so lange her, dieses schädlich. Es ist schädlich. Ich habe das immer noch nicht ganz kapiert, warum das eigentlich so ist. Man kann jetzt natürlich stundenlang über christliche Sexualmoral und so weiter reden, aber wenn man es nachliest, findet man zum Beispiel jemand wie Foucault, der sagt, nee, 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 das fängt schon lange vor dem Christentum an. Ja. Womit hängt das, also womit hängt das zum Beispiel zusammen, dass man viel oder genussvolle Sexualität, genussvolle Lust verbindet mit dumm? Also der blöde Spruch, dumm fickt gut. Ja. Warum ist das so? Naja, also ich glaube, das kommt von der Kontrolle. Also Sexualität ist ein super Bereich, wo man Menschen kontrollieren kann, als Gesellschaft oder als Truppe, als, wie heißt es, jetzt fehlt mir gerade ein Wort, Sippe oder irgendwas. Gruppe, ja. Früher. Man kann wunderbar Kontrolle damit ausüben, weil es gibt ja dieses Ding, dass wenn man frei vögelt, kommen ja dauernd Kinder. Und da gibt es ja auch andere spannende Beispiele, Kulturen, wo es egal ist, wer das Kind bekommen hat. Ja, eben. Wo sich alle drum kümmern, wie es aufwächst. Richtig. Also wo man auch lustige Sachen hört, dass Sex auch mal eben so an der Kante vom Marktplatz oder so überhaupt kein Problem, obwohl Kinder da spielen und so. Also da ist die Sicht auf Sexualität so anders. Es ist nichts Gefährliches, nichts Schlimmes. Da gibt es gute Beispiele. Also du meinst, wir können von den Bonobo-Affen noch ein bisschen lernen. Bonobo. Statt von den Schimpansen. Ah ja. Und von den mexikanischen Wühlmäusen. Es gibt ja diese schönen Versuche, das ist tatsächlich eine treue Mäuseart. Monogam. Monogam. Und man hat festgestellt, wenn man die bestimmte Rezeptoren durchschneidet, also was sie präsentieren, das sind so eine Art Bindungshormone, dass die dann auch wild weitervögeln. Und schon haben wir so eine kleine Antwort. Es geht um die Erhaltung der Familie. Wir müssen die retten, weil wenn alle nur am Wild und gerne am Vögel sind, es könnte sein, dass das Kind stirbt. Weil beim Menschen ist das Kind ja lange nicht alleine lebensfähig. Ich glaube, aus der Richtung kommt die Antwort. Okay, ich danke dir. Und ja, als Merksatz, Sex verändert alles. Ja, und da wird das Jungfernhäutchen auch ausgelöscht. Ich lösche es nicht aus, aber ich beschreibe, warum es das gar nicht geben sollte. Und das ist das Dritte, was sich ändern sollte. Okay, dann müssen wir darüber jetzt noch ganz kurz zum Ende, weil die meisten Leute glauben ja, es gibt es. Es gibt es ja auch irgendwie, aber nicht so, wie sie denken. Naja, Häutchen ist ja halt dieses geschlossene Häutchen, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es gibt ein Häutchen, aber... Genau, und das heißt tatsächlich Corona, also Kranz. Passt zur Zeit. Es ist höchst, also es ist so, dass ein kleines Mädchen bei der Geburt sollte es eher gar nicht haben. Also da ist es nur ein kleiner Kranz. Und wenn es wirklich zu ist, ist das die medizinische Ausnahme und sollte per kleinen Skalpell kurz geöffnet werden. Also das Häutchen, was bedeckt und was man durchstoßen könnte beim ersten Mal, gibt es nicht. Und trotzdem wird so ein Geschiss drum gemacht. Ja, weil das ist eine... da kann man ja richtig schön kontrollieren. Da kann man ja... also das für uns Sexualtherapeut und Sexologen, die sich wirklich auskennen und auch die Studien gelesen haben, da ist es einfach geradezu lachhaft, die Idee, dass man sehen können soll, ob jemand Sex hatte. Und jetzt spreche ich... Bei Gerichtsprozessen zum Beispiel. Ja, das meine ich. Und ich spreche natürlich jetzt gegen alle Männer, die versuchen, ihre Töchter und ihre Frauen... Also wenn Frauen gesteinigt werden oder getötet werden, weil sie wohl Sex hatten, hatten sie nicht unter Umständen, weil es ist einfach immer offen. Also es ist klar, eine Frau blutet meist nicht beim ersten Mal, es sei denn, sie hat so großen Stress, weil sie es soll oder Angst vor diesem Stoß hat, dass sie anspannt. Dann funktioniert die Befeuchtung nicht so ganz und dann kann es bluten. Aber Blutbäder oder mehrere, es ist Quatsch. Das Lagen wird vorpräpariert. Vielen Dank, ein weiterer Mythos gefallen. Ja, bitte. Danke.